Und damit herzlich willkommen zurück bei Memories of Family Diner, oder besser gesagt, Memories of Mute the Call. So, also wir haben jetzt vierte Nacht. Wir schauen mal, dass wir heute irgendwie die vierte Nacht hinkriegen. Wir schauen einfach mal, wie gut wir da vorankommen. Wir haben ja nur die beiden. Ich meine, ich hätte theoretisch auch den Call mir anhören können. Nur um zu wissen, ob vielleicht doch irgendwie andere Random Atronic Stars sind. Ich glaube es aber irgendwo auch nicht. So, jetzt werde ich gewinnen. Ich habe gebobt. Oh ja, Fredbear. Der marschiert. Hab die Selle rum. So. Weil ich bin immer noch gespannt auf die ganzen Cutscenes noch von nach vier und nach fünf. Und dann gibt es ja noch Extras. Der Custom, äh, der Custom Net wäre da irgendwie... Oh je. Er hat geblieben. Er mag, es zu geblieben. Sozusagen. Okay, da ist er. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Oh, du bist schnell. Heute. You are a little bit fast. Na, es ist nach vier. Aber es ist kein schweres Five Nights at Freddy's. So, solange er da ist, muss er kurz da schauen. Gut, da ist er. Okay, jetzt sind sie gerade ein bisschen, äh, nerviger. I would say. Komm, Fredbear. Mal ganz kurz. Oh, lol. Gerade hat er sich herbewegt. Okay, warte, ich muss mal schnell... Ist jetzt... Blöd AF... Eigentlich. Ah, ich muss Spring, äh... Bonnie kurz wegkriegen. Okay. Perfekt. Nicht perfekt! Oida! Fredbear geht... Meier... Yeah! So, jetzt habt ihr genau gewusst, was ich gesagt hab. Gut. Jetzt wisst ihr genau, was ich gesagt hab. Okay. Wettend, da ist Cam 7. Natürlich. Cam 7 ist er. Wieso geht Fredbear die meiste Zeit in Cam 7 nur? Ne? Erklär mir das mal. Okay. Zack. Es wär so viel einfacher, wenn Fredbear einfach mal sagt, nö, ich geh jetzt mal in Cam, äh... Ähm, Cam 2. Okay. Eigentlich... Weißt du, ich könnte theoretisch die Tür offen lassen. Äh. Was war das jetzt? Gehst du? Ja. Was war das jetzt? Das war voll der interessante Bug gerade irgendwie. Ich hab keinen Schalter mehr gefunden. Kein gar nichts. Warte mal nur kurz zur Sicherheit. Wo ist... Wo ist er? Da ist er. Okay. Was war das für ein Bug gerade? Als ob das Spiel nicht will, dass ich gewinne. Das Spiel will es einfach nicht. Das Spiel will, dass ich los. Ja, da ist er. Gut. Das ist nicht schwer jetzt. Ich sag in der nächsten Cam. Jo. Das heißt, bam. Ich hätt rausrechnen sollen, wie viele Sekunden Spring Bonnie eigentlich braucht. Das ist, das ist, das ist. Was ist das für ein Bug? Als ob das Spiel mich nicht gewinnen lassen will. Ja. Äh, okay. Ich weiß... Nicht, wo du bist. Okay. Da. Da. Ist er. Da kommt der Bär. Zeig dich. Und verschwind wieder. Wir haben vier Uhr. Könnte ich mit dem Strom schaffen. Könnte. Ich bin mutig. Mutig AF bin ich gerade. Ja. Jeden Moment. Boah, das wird so knapp jetzt. Das wird knapp. Aber ich sollte eigentlich nur die Sekunden zählen. Eigentlich. Weg. Weg. Hallo? Könnte sein, dass er jetzt ein bisschen weiter weg ist. Jo. Ist weg. Oh, warte. Oh, perfekt. Das ist weit weg. Weg. Er ist weit weg. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich könnte es schaffen. Außer du kommst her. Das ist nicht gut. Aber kommt erst. Dann zu Kern 3. Jetzt wird es. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Komm. Fred Bär. Nein. Wey. Warte mal. Noch mal kurz zu. Ich muss schauen, wo er ist. Okay. Okay, okay, okay. Pasche, 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 pasche. Springbunny ist gefährlich. Du hörst ihn nicht so richtig. Oh, warte mal. Okay, da ist er. Könnte ich aber schaffen. Wenn Fred Bär sich das mal beeilen würde. Mit dem Auftauchen. Was er nicht macht. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt saublöd. Verschwind. 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 Nell. Nell. Natürlich bleibst du es die ganze Zeit da, oder? Oiter. Das war so kurz vor knapp. Das war kurz vor knapp. Oiter. Oh, Leute, wir fahren mit dem Purple-Auto. Ach, Purple-Car. Ja, soon. Jo, nein, wir nehmen schon nichts. Warte. Möchtest du denn irgendwie einparken? Ja. Ach so, ich kann... Kann ich da noch oben? Ja. Wieso ist er abgesperrt? Wer bist du? Wer bist du? Nervisch, ich bin ein Purple-Guy jetzt. Nicht Henry, sondern Purple-Guy. Also Afton. Was hat er mit ihm vor? Ich meine, wir haben noch eine nach vor uns. Vielleicht wird dann alles revealed. Aber lass es sich erst mal gut sein. Wenn ihr hier klickt, da gibt es auch noch ein kleines Fan-Game. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht es im nächsten Video wieder. Macht's gut.